Laura Müller musste von Anfang an viel einstecken, doch jetzt bricht sie ihr Schweigen. Als der Wendler seine neue große Liebe vorstellt, waren viele aus der Community geschockt. Schnell verbreiten sich die Gerüchte und vieles wurden den beiden vorgeworfen. Doch alles nur eine Lüge. Die beiden sind wirklich ineinander verliebt und haben sogar ein gemeinsames Kind. Doch für die Kritiker nicht genug. Sie testen die Freundin vom Wendler immer wieder. Liebt sie ihn wirklich oder will sie nur sein Geld haben? Fragen über Fragen. Und diesmal gibt es sogar die passende Antwort. Auf Instagram startet sie eine große Fragerunde und offenbart dem Wendler ihre Liebe. Denn ein User möchte unbedingt wissen, ob sie Micha auch ohne das Geld oder den Glamour genommen hätte. Und ihr Antwort gibt es direkt. Sie sagt nämlich, Micha war der erste Mann, bei dem ich mich wohlgefühlt habe und 100% ich sein konnte. Noch eindeutiger kann diese Antwort wohl nicht sein. Mittlerweile sind sie seit ein paar Jahren zusammen und wirken immer noch wie frisch verliebt. Übrigens ist sie auf Instagram wieder aktiv. Der Wendler leider immer noch nicht. Findet ihr, dass die beiden gut zueinander passen? Oder ist er doch der Falsche für sie?